hallo liebe schachfreunde willkommen zurück bei cheselais gunis youtube kanal wir haben einen fantastischen deutschen erfolg zu vermelden bei der europameisterschaft in slowenien hat gm matthias blühbaum den titel gewonnen also matthias blühbaum ist europameister im schach man muss dazu sagen ich muss noch ein paar sachen dazu erklären da waren gewisse spieler nicht dabei also warum das alles so ist und so weiter als erkläre ich nach der partie die wir uns von matthias anschauen zuerst aber einmal einen dicken fetten herzlichen glückwunsch an matthias blühbaum mit achten halb aus elf ihr seht nachher das endergebnis eine tabelle ich erzähle euch das noch alles aber zuerst gucken wir uns eine gewinnpartie von matthias an aus der runde sieben und die wurde gespielt gegen juri kuzubov den starken ukrainischen großmeister der hat es bestimmt nicht leicht aktuell diesen tagen sich auf schach zu konzentrieren aber er hat auch ganz gut abgeschnitten auch bei dem turnier und wir schauen uns mal diese partie an und die die war wirklich spannend war wild und wenn es euch gefällt dann lassen aber da drückt die glocke so verpasst ihr gar nichts ist ganz wichtig ihr wollt ja schließlich irgendwie meine videos auch alle nicht verpassen hoffe ich mal oder unterstützt mich gerne auch bei paypal also schauen wir mal hier entschuldigung hier eröffnet matthias mit d4 wir sehen ein springer f6 c4 und ihr ahnt schon was kommt auf diesem niveau sehr oft anzutreffen ein nimzovic indisch auf dem brett hier gibt es verschiedene varianten ich habe das alle schon viele male in meinen videos erklärt damit c2 e3 und so weiter es gibt alles gibt doch f3 die knoch variante und so weiter also hier spielt matthias e3 schwarz hochiert weg und läufer d3 die der nimmt so in der da muss ich sagen gilt ist eine sehr komplexe eröffnung weil es so viele verschiedene bauernstrukturen geben kann schwarz hat verschiedene möglichkeiten zu spielen hier zum beispiel kann er c5 spielen kann aber auch d5 spielen er kann auch b6 spielen und so weiter also unter und weiß kann auch entsprechend er hat auch eine auswahl an an vielen guten zügen deswegen ist diese dynamik die da entsteht ist komplizierend und oft da auch ist das wahnsinnig viel theorie und muss sich wahnsinnig viel merken also das nur ein kurzer abstecher in dem zu ende d5 hier einmal nehmen auf d5 einmal nehmen auf d5 und a3 jetzt wird der läufer einfach befragt und der kann hier schlagen das ist möglich also läufer schlägt c3 b schlägt c3 tumme 8 solche manöver sind möglich man kann aber auch einfach zurückgehen so wie es kusubov hier getan hat ebenfalls völlig aus völlig in ordnung damit c2 macht druck auf den h7 da hinten erstmal hier das zentrum stützen mit c6 und jetzt springer e2 von matthias tumme 8 von kusubov und läufer d2 all das ist schon vorgekommen es gibt hier ein paar beispielpartie in dieser stellung und ihr seht es ist dynamik drin weiß möchte höchstwahrscheinlich lang roch hirn hier und dann den schwarzen königsflügel stürmen mit bauern vorstößen hier und so und schwarz sucht das gegenspiel natürlich dann entsprechend am damenflügel ist ja auch klar schauen wir mal was passiert springer bd7 f3 bereitet schon g4 vorher c5 also das gegenspiel am damenflügel und ihr merkt schon es wird spannend es wird spannend es gibt so ein ungleichgewicht der kräfte und deswegen eine ganz spannende dynamische stellung lange rochade von matthias blühbaum und g6 hier das ist in ordnung der zug ist gut weil weil er bietet zwar auch gleichzeitig ein hebel an hier so ja so dass man aber er ist ein prophylaxe zug er nimmt mal den druck von h7 weg und so weiter man kann den läufer vielleicht umgruppieren also ist in ordnung ist gut der zug jetzt einmal hier neben auf c5 ebenfalls in ordnung springer schlägt c5 und ja und jetzt g4 also wenn schon denn schon und diese stellung ist super scharf also der computer ich habe das hier mal den computer rechnen lassen paar minuten der gibt hier 0,0 und es ist ja auch ein super beispiel dafür warum eine stellung vielleicht nach computer meinung 0,0 ist aber in der praktischen partie ist das natürlich vielleicht eine momentaufnahme und mehr nicht also hier ist viel los läufer d7 springer d4 von matthias turm c8 ok könig b1 geht erstmal hier aus der aus der schusslinie raus hier vom turm dies ist ja immer wieder so ich sag es in fast jedem video turm dame gegenüberstellung sehr gefährlich für den spieler mit der dame oftmals deswegen hier erst mal gleich könig b1 raus da aus der aus der linie und dame b6 also beide spieler bringen ihre figuren in angriffsposition und der matthias muss hier jetzt echt der darf nicht nachlassen ja weil sonst wird er hier am dampflügel aufgerollt g5 und ja hier ist die frage was macht man jetzt mit dem springer also das ist nicht so einfach zu zu beantworten in der partie ist er nach h5 gegangen der eine alternative des computers ist läufer e5 das ist auch nicht einfach zu begreifen weil man kann ihr einfach den springer nehmen aber nachläufer schlägt d4 schaut mal e schlägt d4 und springer schlägt d3 ist die sache nicht so klar weil es gibt ja noch läufer f5 ups also das ist das mag jetzt ihr mögt jetzt sagen oh weiß verliert damit weg aber so einfach ist das nicht ja selbst hier hat weiß noch mindestens ausgleich wenn gleich sogar wahrscheinlich vorteil also vogelwilde variante schaut euch das an also ich weiß nicht ob man das am brett berechnen kann aber läufer e5 hier super spannend um eben mit der idee die hier rauszuschlagen und läufer f5 zu spielen und die weiße damit zu erobern aber ja selbst das ist nicht unbedingt gewinnversprechend für schwarz also in der partie wohin sonst mit dem springer also wenn nicht wenn ich das opfer dann bleibt nur springer h5 so kam es auch in der partie und ja was passiert jetzt also dadurch dass der springer wegziehen musste hängt natürlich d5 völlig klar und das ist irgendwie eine seltsamkeit irgendwie schaut euch mal diese figuren aufstellung an was ist denn das also wird das keine seltsamkeit ist weiß ich auch nicht es stehen zwei läufer zwei springer zwei läufer und turm auf dieser d-linie fürchterlich kompliziert wo können denn die figuren überall hin hüpfen und springen jetzt ist die d-linie endgültig vollgestopft mit figuren sowas sieht man auch nicht alle tage ein vogelbildes bild schaut euch das an und die frage ist natürlich aber was was tun was tun und allein aufgrund dieses bildes dieser konstellation habe ich mal die partie für euch ausgewählt das ist echt ein bild für die götter also matthias hat hier reingeschaut hat jetzt läufer b5 gespielt was ein guter zug ist ein guter zug und hier hätte schwarz unbedingt springer e6 spielen müssen springer e6 führt dazu natürlich hängt jetzt die weiße dame ich habe es gesagt die gegenüberstellung ist oft gefährlich die müsste ziehen wahrscheinlich nach b3 oder sowas und dann kann aber schwarz ein bisschen entlasten hier auf d4 e schlägt d4 schaut euch das mal an vielleicht hier noch ein schach geben könig läuft weg und jetzt könnte schwarz sogar wenn er wollte hier sich eine qualität ein verleiben aber auch das ist nicht klar das ist nicht klar läufer schlägt d1 ach so und jetzt könnte man hier die qualität zurückgewinnen der turm hängt ja auch noch also ihr seht schon leichter vorteil für weiß sehr kompliziertes spiel anyway irgendwo ist auch mal gut und man muss auch von die zeit denken also hier läufer b5 und der kusuboff spielte hier jetzt läufer e5 und das ist gut gemeint läufer e5 aber leider ein schuss in den ofen muss man sagen denn der zug verliert im höheren sinne die partie eigentlich schon es ist eins nicht einfach zu erkennen und matthias hat das großartig gelöst muss man sagen unser matthias blühebaum wirklich toll er hat hier nämlich diesen ganz stillen ruhigen zug läufer c3 gespielt und der zug ist wahnsinnig stark erstens mal unterbricht der hier die zählinie ja so dass die dame nicht immer im vom turm bedroht wird zweitens mal stellt er den läufer auf eine super gefährliche diagonale und drittens mal stützt er den punkt d4 also das ist das ist ein sehr sehr guter zug außerdem ist dieser springer auf d5 jetzt indirekt auch noch verteidigt weil der turm jetzt freie sicht hat fast also kusuboff entschließt sich hier diesen gefährlichen springer rauszutauschen okay aber jetzt kann man natürlich hier zurücknehmen ja hier erst mal auf d7 schlagen klar logisch springer schlägt d7 und turm schlägt d4 und was ist es jetzt für eine stellung naja der g5 hängt aber diese stellung ist eine gewinnstellung für weiß zumindest laut computermeinung und er gibt hier eine plus 4 oder sowas aber man muss das natürlich praktisch umsetzen und es ist überhaupt nicht einfach dass man besser steht dürfte klar sein aber ja setzt das mal um also hier der läufer hat eine fantastische diagonale es drohen auch so geschichten wie tum g4 verdoppelung f4 f5 und so weiß hat die dynamischeren chancen und das hätte matthias auch ausnutzen müssen indem er hier sofort irgendwie h4 spielt oder e4 spielt also action bauern nach vorne ja linien öffnen stattdessen hat matthias hier etwas nachgelassen und turm d1 gespielt ist jetzt nicht unbedingt ein fehler aber nicht ganz so aggressiv und dynamisch und kusuboff hätte jetzt mit springer b6 weiter versuchen sollen zu entlasten den bösartigen springer hier vom brett zu nehmen stattdessen hat er damals h4 gespielt das ist nicht gut weil jetzt kommt echt turm g1 und jetzt jetzt wird es wirklich kritisch weil der könig steht hochgradig gefährdet mag man noch gar nicht so empfinden aber ihr werdet gleich sehen was ich damit meine kusuboff spielt dame h3 deckt diesen springer und greift den f3 an aber jetzt kommt dame a4 und das ist gemein dieser zug ja springer also gut der springer sollte nach b6 gehen unbedingt weil dann kann man diesen raustauschen den kollegen diesen bösen d5 springer aber kusuboff ist hier nach e5 gegangen und jetzt habe ich gerade gesagt jetzt seht ihr mal was ich damit meine wie gefährdet der schwarze könig steht denn jetzt spielt matthias blübaum den fantastischen zug turm g5 und das ist endgültig exitus ja diese stellung ist glatt verloren für schwarz es geht jetzt rasend schnell ihr seht die motive gleich es kam noch ein verzweifeltes b5 matthias geht nach b3 zurück auch nicht ganz so genau also dame d4 wäre klar besser gewesen mit dieser diagonalen matt drogen hier also dame b3 ist auch okay und jetzt der läufer ist zu stark ja der springer hängt hier es droht auch tum g1 verdoppelungen und so weiter also kusuboff entschließt sich hier dieses monster rauszutauschen auf c3 springer schlägt c3 a6 stützt diesen b5 aber es nützt nichts mehr jetzt kommt f4 und jetzt geht das alles wie von selbst ja springer g4 schaut mal der springer kommt wieder zurück nach d5 erspäht die gewaltigen schwachen felder hier die löcher auf e7 und d6 doch auf e7 und f6 muss ich sagen könig g7 damit c3 könig h6 nichts mehr geht nichts mehr geht tum g1 die verdoppelung f5 das ist verzweiflung und jetzt geht einfach turmschlägt f5 und das ist wirklich das der killer ja weil wenn man hier jetzt nehme zum beispiel hier dann kommt einfach damit c6 und jetzt muss der könig wohin geht er denn er muss ziehen könig g7 und jetzt kann man sich den turm noch einverleiben brauchen wir gar nicht weiterführen das ist natürlich ein desaströs kusuboff hat hier noch auf h2 genommen und jetzt kommt einfach turmschlägt g4 dame h1 könig a2 und an der stelle hat kusuboff die partie aufgegeben wie gesagt man kann hier nie nehmen wegen des schaches hier und ja jetzt ist matt der könig kann nicht flüchten man kann nur noch was dazwischen stellen aber das kann einfach geschlagen werden deswegen aufgabe hier an dieser stelle es droht auch turmschlägt h5 es droht er ist nicht warte mal was droht das muss ich selber gucken was ist wenn schwarz einen anderen zug macht einen nullzug zum beispiel was kann man hier machen machen wir mal a5 oder so genau es kommt immer dame c6 genau dame c6 jetzt kann man hier noch decken vielleicht dame e6 die schlinge zieht sich hier zu ja wir machen noch mal nullzug und jetzt kann man hier nehmen und so weiter und wenn man hier wenn man den turm retten will mit turm g7 naja ihr seht selber also der arme könig ist eingequetscht hier geht nichts mehr aufgabe von kusuboff und ein fantastischer erfolg für matthias blühbaum er gewinnt mit achtenhalb aus elf die europameisterschaft und qualifiziert sich damit auch für den world cup das ist ja noch ein riesen erfolg ich zeige euch mal wie das endergebnis aussieht also schaut mal der gute matthias blühbaum gewinnt dank besserer wertung hier die europameisterschaft er hat ist punktgleich mit gabriel sargis jan aus armenien eingelaufen aber er hat hier die besseren gegnerschnitt gehabt 25 94 gegnerschnitt etwas besser ihr seht das hier als sein kontrahent sargis jan und deswegen gewinnt er das nach wertung hier 20 edo punkte gut gemacht auch fantastisch 22 62 ist nah dran an unserem vincent keimer ivan saric also ganz starke leute warum habe ich euch die 15 plätze hier gezeigt ganz einfach weil die top 15 hier qualifizieren sich eben für den world cup und muss an dieser stelle noch erwähnen dass der deutsche junge im kramer wie heißt da ich glaube jetzt habe ich wie heißt er mit vornamen der gute das denn ne weiß ich jetzt nicht auf jeden fall habe ich einen kramer weiß ich nicht anyway aus hamburg der ist 24 jahre alt ist internationaler meister und hat hier ein fantastisches turnier gespielt muss man wirklich sagen er hat leider in der letzten runde verloren er hatte noch chancen sich auch für den weltcup zu qualifizieren hat aber großes schach geboten hat eine großmeister norm gemacht julian kramer glaube ich jetzt habe ist mir wieder eingefallen julian kramer und hat eine großmeister norm erzielt fantastisch also bravo dazu julian kramer großartig aber heute gebühren die blumen dem guten matthias blühbaum fantastisch gratulation zum titel ja lieben soviel zur europameisterschaft es geht weiter bald mit der magnus karlsen chess tour und vergesst nicht wir haben weitere große turniere anstehen norway chess und vor allen dingen auch das kandidaten finale in madrid bleibt mir gewogen hoffentlich hat es euch gefallen drückt die glocke so verpasst ihr gar kein video mehr oder unterstützt mich gerne auch via paypal mit einer spende danke fürs zuschauen macht gut so lange tschüss und tschau